hallo leute mir geht übelst der stift mir geht wirklich übelst der stift ich brauche ich überhaupt nicht ich guck mal gerade vielleicht muss ich die gar nicht mehr gemmen genau habe ich alles habe ich alles king muss noch rein ich probiere es ich hau jetzt kommen die elf gems passt die hashtag ne hashtag bau und wir sind eh am gewinnen aber ich wollte halt wirklich noch mal jetzt wurde der schon getustart wtf jungs kacke ich hätte ihn gerne gemacht den fünften aber kann ich euch keinen vorwurf machen ich meine es ist halt so der ist ein bisschen sehr tricky ob ich aber ich muss sagen der hat wiederum ich gucke mir das mal ich gucke mir das mal an das möchte ich jetzt mal sehen okay der macht mit den mauerbrechern richtig gut reingegangen muss man sagen also ganz ehrlich das hut ab das hat gut geklappt das ist schon mal was gewesen also da kann man ihm jetzt wirklich nichts vorwerfen dem hefeistos oder hefeistos auch die pecker laufen rein also ganz ehrlich da muss man sagen ich meine klar jetzt kommen halt aber warum ist der fließt nicht da drauf warum ist der fließt nicht da drauf warum schießt du nicht okay aber jetzt ist das bisschen richtig keke oder what warum warum schade wie die oben hier im norden sagen sünde alter richtig krass oder ganz ehrlich das hätte also da habe ich jetzt wirklich schade also die free die die free spells auf jeden fall die waren es halt hier krass und jetzt habe ich natürlich wieder nicht drauf geguckt was die was die cb drin hatte gucken wir mal es kann auch sein dass die cb halt noch mal übelst getackelt hat so max magier unschön auf jeden fall unschön ich meine zu verlieren habe ich nichts wenn ich ich darf aber auch wiederum nicht zu dicht an den nicht zu dicht an die infernos dass ich zumindest noch mal ein monster hole müssen ja ich gucke mir mal an also magier der ballon den der ist vollkommen banane ich mache mal kurz ein cut ich sage recht mal also ich meine alleine 50 prozent müsste man ja bei der base holen weil die ist ja jetzt auch ja also magier türme nicht mal rathaus neuner niveau genauso luftabwehr das ist fünf das ist nichts eigentlich aber halt die infernos jetzt könnte man natürlich sagen okay man beißt in den sauren apfel wo hat er den anderen luftfeger zu stehen den hat er auch nicht ganz ehrlich leute ich komme von oben und probiere einfach die die infernos weg zu brutzeln btf jungs jungs und mädels die magier kann ich weg giften ja kommt egal wen interessiert oder jolo alter ich habe richtig schiss egal jolo nummer alter schon sind die weg alter schon sind die weg übelst kranker shit und sind sie schon draußen oh was ist das na sorry tut mir leid ich habe schon mal meine spells schon mal total richtig verdroppt das ist ja gar nichts gewesen ich wollte die helden droppen und da kommt so ein scheiß bei raus da ist tut mir leid war verkackt gucken wir mal was meiner cb haben ach so hier ich hatte noch vor gesorgt weil ich mir gedacht habe okay bevor die helden dann wer weiß wie abkacken ja das war muss ich ihr habt selber gesehen das war einfach wieder unnütz hoch 15 king darf nicht down gehen und das war das war das war ganz klar fail gemacht also das war ja das tut mir voll voll leid ich meine ich kriege hier noch die 50 prozent ich hätte aber eigentlich noch ja ich rede hier von 50 prozent nicht mal die 50 kriege ich 49 nein bitte nicht ja klar 49 ja was das war hier wir gucken noch mal kurz rein das ist ganz klar das war verkackt logisch das war unnötig aber ich habe mich einfach verdrückt beziehungsweise die spells waren noch drinnen und ich wollte hier oben die helden raus droppen Das ist halt kacke gelaufen ganz klare sache da da dann wollte ich wechseln und droppe zweimal den rage da in dem bereich noch ja schade die hätte ich halt hier unten noch schön gebraucht und Ja fail ganz klare sache fail Schade weil sonst wäre die halt locker was für drachen gewesen Ja komm drache Super ärgerlich super ärgerlich auf jeden fall da brauchen wir gar nicht drüber reden Ist halt fail halt war So jetzt muss ich mal gucken wie viel ich noch hier habe Ja okay Ärgerlich Zumal dann den den einen stern hätte ich halt wirklich gerne noch gehabt Gucken wir mal was wir hier haben Weil die base wirklich easy war eigentlich Hier guck mal selbst der achter hat um einiges bessere luftabwehr Als Derjenige das war richtig in sack gekackt Wir sehen uns später Mal gucken Nö ich mache das video zu ende seht am morgen wieder haut rein Ciao Ciao Ciao